Yahoo Mail Down – Unternehmen arbeitet an Lösung Nutzer können derzeit nicht auf ihre Mails bei Yahoo zugreifen. Technische Details sind bisher nicht bekannt. Das Unternehmen arbeitet am Problem. Derzeit sind einige Services von Yahoo Down, darunter E-Mails. Nutzer können weder über die Homepage noch über die App auf ihr Konto zugreifen. Das Unternehmen hat die Probleme in einem Tweet bestätigt. Es sei oberste Priorität, die Störung zu beheben, heißt es. Wir danken für eure Geduld. Zu den technischen Details ist bislang nichts bekannt. Menschen weltweit klagen, dass sie nicht auf ihre Mails zugreifen können. Sowohl die kostenlosen Accounts als auch die von Yahoo Mail Pro Nutzern sind anscheinend